Musik Hallo JuniTub und heute spielen wir gegen Gute Mal wieder gegen MorogArts, der kennt mich Ich hab ihn schon mal mit BrodyPlays gefickt Ja, man kann eh nicht mehr easeln, alter Ja, Junge, erste Runde Badwars nach circa 2 Stunden Nachdem wir geraged sind Finde ich gut Ja, irgendwie nicht so, ne? Jetzt schau, wie sie wegfangen, ich kann Blöcke Lär mal Blöcke zu playen, alter Sagt es dem Server, alter Ja, wow, Digga Sagt das nochmal, ich klatsche hier gleich, ne? Ey, Digga, Meister Money ist weiter als wir Nein, Spaß Nein, ich bin in der Mitte gelaufen Ne, ich weiß Hey Junge, als ob MorogArts noch nicht Mitte ist Als ob du die Ich war erst, ich war nervt da Als ob du Als ob Junge Als ob du den gesuiccided hast Oh Mann, der ist schon wieder da, der Spaß Meister Money Verpisch dich Ich hab grad schnell Bett eingebaut, ne? Als ob die mit Eisenblöcken einbauen Hab ich Nein, die haben ihr Bett noch gar nicht eingebaut Mit zwei Eisenblöcken Nein Als ob Der hat sich weggekommen Nein, ich bin vom Block abgerutscht Wegen Fallschaden Koten Ich Ich spawn halt mit zwei Herzen Erzähl mir den Scheiß, Alter Give that shit Ey, Gelber, komm zu Ich hab nur zwei Herzen, gell? Ja, aber geht zu Rot Geht zu Rot Geht zu Rot Geht zu Rot Ich schaff den Der ist East Hab das Spread von Rot Ja, GG Ja, die haben halt einfach beide keinen Rückschluss, ne? Einer kommt Mein Gott Als ob Hab ihn Alter, hast du den Knockback von dem gesehen? Der ist von ganz oben bis dahin geflogen Morbens Arzt hat gar keinen Rücken-Knockback, Alter Kann Vor- und Nachteil sein, halt Ich weiß aber, dass der Legit ist Ich weiß auch, dass der Legit ist Vor allem, weil wir den gezogen haben Ja, er ist ja auch irgendwie Platz 6 gewesen oder so Da kann man sagen, dass der gut ist Oh mein Gott, hab ich dem die Kombo gedrückt, Alter Der muss jetzt richtig am Ragen sein Er baut halt, warte CB Okay Er hat Er hat Chatbarn Er baut halt einfach CB in die Base Aus Blöcken, Alter Ich hab ihn Gott, war das ne lame Aktion Warte, warte Der eine will mich enden Mal gucken, was er schreibt Gott Ich hab ihn gesehen Er kennt mich Junge Ach, der war Detective Crew, deswegen Ah Junge, das ist doch so Ich hab hier gerade alle Und du hast diese Runde doch gar nichts gemacht Halt dein Maul, ich hab alle geholt No Danke, Gomme Was ist das los? Halt's auf Halt's auf Ja Junge, er spawnt halt nicht auf dem Spawn Ja, good game Okay, Leute, das war sogar ne gute Aufnahme Ja, und wir hängen jetzt noch ne zweite in dran, bis gleich Tot Ich bin nur richtig scheiß im Kurs Hallo Leute, und jetzt willkommen zu einer Folge Mike von Kurs auf GammaDip.net Mit dabei ist der Kotti Na hallo Und wo die Place? Ja, hallo Ja Ich esse Nudeln Nudeln Die Mehrzahl von Nudeln ist Nudeln Junge Oh, ich hab gar nicht das Dissenspekt drin, ich bin so schlecht Ja Ja, bist du Drei Leute schon gekriegt, tschüss Na, was sagt man nicht Richtiger Missgeburt Richtiger Lol Ja, ich hab nicht in der Aufnahme Richtiger Missgeburt Ist halt echt so Ja, Kotti Kotti ist echt schon so ne richtiger Missgeburt Ja, Kotti auch War ich das nicht immer ein richtiger Missgeburt Ja Kotti gerissen Kotti Oh, Junge, als ob der jemand bei uns am Call ist Ja, komm, ich bau dir jetzt ein No-Shift hin Oh Sparex, du Hacker, verkackst nach zwei Minuten Als ob der den nicht abbaut und nur mit dem Boss-Spam Was ist denn das für ein Player? Ja, Style wie ein Knie, ne? Baker-Baker-Faker Mann Der Name Stop, stop Ich hab Style wie ein Knie Ich kann es nicht, ich könnte mich kontrollieren, obwohl ich es nicht kann Ey, lol Ey Pink hits like Sparex Geht doch Der hat hier klatscht immer Du hast nur so viel Style wie ein Junge, der hat ja den Faszin-Chor Ach, der lebt noch Pff Gotti, du bist doch schlecht Lol Ich bin so inkompetent Inkompetenter war ich der, der sich auf dich gezielt hat Ja, ein No-Loll Ja, ist, das ist nur in, ähm, Bad Wars eingesetzt Das heißt mal NCP Jo Ja, aber das NCP wollen die wieder ändern Ja, das sag ich schon seit drei Tagen, Mann Und haben es immer noch nicht gemacht Ja, keine Ahnung, wenn die Devil-Laufer inkompetentes Todes sind Ja, sind sie ja anscheinend 80% der Spieler von Bad Wars hassen das neue NCP Außer die mit ein Klicks pro Sekunde Okay, ich bin jetzt auch nicht viel besser, ich hab sieben Ja, Junge, ich hab sechs, Mann Und trotzdem, es backt bei mir schon bei drei Hä, ne, bei mir backt's nicht Bei mir backt's mega rum, das scheiß NCP Bei mir auch Ja, komm nach hinten, Bruder Ja, ich bin Ihr kriegt Black Sparrax, neue Endgame-Name Komm, mach ich doch rein Mann, krieg ich jetzt nicht sch***, oder? Er ist da Nee Ich komm die ganze Zeit Gegner Ihr kommt jetzt hier Kotti-Geschwunkel Gefickt Black Sparrax Gefickt Black Sparrax Hallo, kannst du mal Knockback willkommen? Er kann Ja, unser Dude läuft einfach runter Er will jetzt zum Eisen und springt runter Zähl mir Oh, ich bin nachher wieder in OAC Macht mehr Fun Schreibst du mal in Kommentare, ob ich mal in OAC aufnehmen soll Mach's einfach Nee, ich will erst Kommentare generieren Kommentare Er will einfach nur Kommentare haben Kommentar geil ist mein Lifestyle Mann, come on Mann, come on Ja, genau Als ob die mich jetzt von vier Seiten spammen Ich bin bei denen Oh ja, komm Jetzt, jetzt macht er Ja, jetzt reicht auch Ja, jetzt bau endlich mal ab, man Boah, das dauert so lange, Alter Oh, ich f*** die hier Komm, die haben keine Chance Das ist nicht sehr nett, wenn man Leute f***t Vielleicht möchten sie das nicht Mein Hobby, sorry Vielleicht möchten sie das nicht Oh, Jappi Ja, gut, Leute Ich hab immer noch Holz im Impf Ich hab Holz im Impf Ich hab Holz im Impf GG Okay, ähm Hast du noch Zeit? Ja, bis zum 19 Uhr halt, gell Okay, dann würde ich sagen, spielen wir noch eine Runde und dann, jo Sehen wir uns in der nächsten Runde Jo, bis gleich, ne, ja Okay, dann gehe ich mit dir schon